Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 30.300 US-Dollar, wenig Veränderung, ehrlicherweise jetzt zumindest zu Beginn des Videos. Wir sind weiterhin im Downtrend, wir haben unseren Horizontal Support gehalten, wir haben weiterhin Downtrend im RSI. Trotzdem können wir auf ein, zwei Sachen auf jeden Fall eingehen, natürlich auch auf Ethereum und auch möglicherweise doch nochmal auf den Euro Long und möglicherweise möglichen Short Entry auch eingehen. Den werden wir uns jetzt alles im gleichen Video anschauen, außerdem warum wir gestern doch nicht mehr oder warum ich gestern nicht mehr dieses Signal mit dem Long-Wear-Post habe, werde ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Gruppe und auch gerne in die kostenlose Signal-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt, die neuesten News, auch die neuesten Videos und natürlich auch Signale, wenn dann jetzt langsam mal wieder welche kommen. Das letzte war ganz bombe, das momentan ist halt einfach wieder ein bisschen schwierig mit Signalen posten, vor allem mit Short-Setups, aber da haben wir auch die letzten Tage schon mal was gepostet, dass ich hier so um 31,5, 31,8 rechne mit dem nächsten Short. Aber wie gesagt, wenn ihr die neuesten Trades nicht verpassen wollt, kommt da gerne rein, ist natürlich alles for free, Link ist unten wie immer, gerne in der Videobeschreibung. Und auch nochmal ein bisschen Werbung machen, BingX, wenn ihr noch eine Börse sucht, gerne bei BingX und anmelden, Link ist unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr weiterhin die 20 und 30 USDT Free Trades abholen, wenn ihr Bock darauf habt, einfach nur mal die Börse zu testen, ohne euch da irgendwie einen Haufen einzuzahlen oder einen Haufen zu traden. Gerne da vorbeischauen. Gut, und damit würde ich sagen, genug Werbung gemacht, wir gehen rein ins Video, 30.300 USD traden wir momentan. Wir sind eben, wie gesagt, weiterhin in unserem Downtrend, zumindest kurzfristig auf dem 1-Stunden-Time-Frame. Sehen wir das ganz gut, dass wir es momentan nicht über diese Widerstände schaffen. Interessanterweise haben wir es gestern noch über dieses kleine Golden Pocket kurzzeitig geschafft. Zumindest ein Stunden-Close drüber und mit der nächsten Stunden-Candle, wenn wir das uns hier mal ein bisschen genauer anschauen, wurden wir sofort wieder abverkauft. Deshalb jetzt bei 30.300 USD. Wir haben jetzt zwei Wigs hier unten in diesem Bereich, der hat 29.920 USD hinterlassen. Das heißt, wir hatten gestern nochmal einen tieferen Wig eben in diese Demandzone, über die wir uns gestern schon unterhalten haben. Und das heißt natürlich auch, der Support, der hier unten drin ist, wird meines Erachtens nach immer, immer schwächer, weil umso öfters du diese Zone testest, desto mehr Liquidität nimmst du eben aus diesem Bereich raus. Und die Liquidität ist das, was uns nach oben bringt. Und wenn hier unten keine Liquidität mehr vorhanden ist, wird es schnurstracks Richtung wahrscheinlich erstmal 29.2 gehen oder dann Richtung eben 27k, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Demnach sieht es jetzt zumindest noch nicht aus. Wir hatten eine kleine Bullish Divergence, die hat uns dann eben, wie gesagt, hier oben in den Bereich der 30.500 USD dann nochmal gebracht. Also auch kein höheres Hoch mehr hier wirklich bezweckt. Also momentan ist hier wirklich ein bisschen der Wurm drin. Wir müssen auf jeden Fall über diesen Downtrend rüberkommen, um dann zumindest mal unser Ziel von, wenn wir uns das FIP-Level ziehen, von ungefähr 30.900 USD zu erreichen. Man muss auch dazu sagen, wir haben noch ein kleines CME Gap von Freitag gebildet. Und das liegt genau hier oben bei der 31.100 US-Dollar-Marke. Und zufälligerweise liegt dort oben auch eine 1-Stunden-Supply-Zone mit dem 0,786. Also wir haben hier oben schon sehr, sehr viel Confluence, was uns hier zumindest nochmal hochbringen würde. Es würde auch sehr, sehr gut zu dem passen, was ich gestern eben gesagt habe. Ich rechne irgendwie nochmal mit so einem kleinen Pump, bis zumindest vielleicht bis zum Donnerstag sogar, weil Donnerstag ist ja Bruttoinlandsprodukt. Da haben wir uns ja auch schon mal im Wochenausblick drüber unterhalten, wie dann je auch die Prognose liegt bei 1,4%. Schauen wir mal, was wirklich rauskommt dann am Ende. Könnte dann sehr, sehr gut passen, dass wir vielleicht bis zum Donnerstag nochmal so diesen letzten Impuls nach oben hin bekommen, bis eben 31.100 CME Gap füllen, das 0,786 testen, die Supply Zone und dann möglicherweise unseren Abverkauf kriegen. Und dieser Abverkauf könnte dann auch wirklich endlich mal eine gescheite Korrektur einläuten. Und da haben wir auch schon die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Die Marke von 27.300 US-Dollar ist eigentlich so das übergeordnete Ziel, was ich immer noch habe, wegen dem Golden Pocket, wegen der Ineffizienz. Dort ist das meiste Volumen oder beziehungsweise die letzte Volumenansammlung hier reingekommen und hat für den Pump gesorgt. Und wir haben ja immer noch die Möglichkeit, wo wir gestern auch drüber gesprochen haben, dass wir so eine Art Head & Shoulders Chart Pattern bilden für alle Patternfreunde da draußen. Sieht zwar richtig ugly aus, aber die Möglichkeit würde wirklich bestehen, dass das dann sich in Form eines Patterns ausbildet. Würde mit dem Golden Pocket beziehungsweise 0,786er und natürlich auch mit dem CME Gap komplett übereinstimmen. Downtrend, wie gesagt, auf dem 4-Stunden-Chart ist auch noch aktiv, je nachdem wie wir die Lide ziehen. Hat sich jetzt auch schon ein bisschen erholt. Wir sind nur noch bei 55 im RSI, aber trotzdem, wir haben immer noch Potenzial auf jeden Fall hier ein bisschen zu vergammeln beziehungsweise noch ein bisschen tiefer auf jeden Fall zu gehen. Chart-technisch, wie gesagt, brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr uns unterhalten. Eventuell, huch, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte nicht so nah heranzoomen. Eventuell, dass wir nochmal bei einem Rücksetzer hier runter in diese Zone vielleicht eine Triple Bullish Divergence oder irgendwie was bilden in dieser Art hier unten. Das müssen wir mal im Blick behalten, dass wir gegebenenfalls nochmal ein tieferes Tief sehen. Vielleicht dann so ein Entry bei ungefähr 29.800 US-Dollar uns holen unter diesem WIG oder möglicherweise unter diesem Orderblock hier unten da nochmal einfach nachschauen. Aber das sind jetzt alles Spekulationen. Descending Triangle muss man auch dazu sagen, enden so langsam mit eben diesem Downtrend, den wir hier haben, mit diesem horizontalen Support. Chart-technisch oder beziehungsweise preistechnisch können wir uns das gerne auch mal angucken, wenn wir das jetzt schon hier mal haben, wo unser Preisziel denn wäre, unser technisches Preisziel, dann würden wir hier ungefähr bei 28.400 US-Dollar landen. Würde jetzt der Retest hier dieser letzten Hofs einmal bedeuten, können wir mal ganz kurz blau markieren. Würde also sehr, sehr gut passen, aber trotzdem würde es besser aussehen, wenn wir einfach komplett dieses ganze Void hier drüben füllen, um die Liquidität eben in diesen Bereich wieder zu bringen und weil hier sehr, sehr viele Longs wahrscheinlich ihre Position eröffnet haben. Trotzdem, Preisziel können wir einfach mal im Blick behalten. Ich würde trotzdem keinen Short derzeit machen. Dafür spricht mir ehrlich gesagt momentan noch ein bisschen zu wenig. Sollten wir diesen letzten Impuls hier oben kriegen, ins Golden Pocket oder ins 0786 mit dem CME Gap, kann ich mir das deutlich, deutlich besser vorstellen, dass es dann erst nach unten geht. Heißt Fake Out und dann eben dieser Dump nach unten hin, um möglicherweise die ganzen Shorter, die sich hier möglicherweise jetzt schon positionieren, erstmal aus dem Markt zu holen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch Ethereum gestern nicht wirklich in Abverkaufsstimmung. Auch sowas, was mir ehrlich gesagt nicht wirklich gefallen hat. Also klar, wir hatten hier einen Volumenvorschluss, der nach unten hingegen. Das hatten wir aber bei Bitcoin jetzt auch nicht so wirklich. Also Ethereum war da ein bisschen Vorzügler, hat die Range verlassen, ist mittlerweile wieder in dieser Range, über die wir gestern eben gesprochen haben. So richtig Impulse kommen da auch nicht. Auch für einen Long war es einfach zu wenig. Wir waren hier in einer No-Trade-Zone. Einfach da ist nichts, wo man hier sagen könnte, okay, wir gehen jetzt hier in einen Trade rein. Natürlich kann man hier auch wieder das FIP-Level ziehen, von dem Bereich bis zu dem Top. Dann haben wir aber auch nur das 0786er getestet. Also gefällt mir auch nicht auch die Gegenreaktion nach oben. Klar, wir sind wieder in der Range. Range könnte jetzt aber auch, je nachdem, wie wir eben diese Range mit Schlusskursen ziehen, auch der Retest sein. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Überhaupt kein Impuls, wo ich sagen würde, okay, wir gehen jetzt hier Long oder Short. Die Zonen sind weiterhin klar. 1980 so ungefähr ist der erste Short-Bereich, wo ich sagen würde, okay, hier oben könnten wir einen Short wagen. Oder eben hier unten die 1780 bis 1790. Habe ich gestern auch einen leichten Fehler gemacht. Habe, glaube ich, dann Frank in der Telegram-Gruppe mich darauf aufmerksam gemacht, wegen dem Golden Pocket. Das beginnt nämlich hier schon bei den 1799 bzw. 1792 US-Dollar. Also das mal im Blick behalten. Das sind unsere Long-Zonen oben, unsere Short-Zonen. Hat sich wenig getan. Und dann habe ich euch ja noch gesagt, kleines Forex-Update zu dem Euro-Long. Huch, zu dem Euro-Long. Jetzt aber, Golden Pocket wurde gestoßen. Hier oben, wie gesagt, zweiter Take-Profit bei 1,097 Euro zum US-Dollar. Und ich würde gerne noch einen Short aufmachen bei 1,09, entweder 4,8. Irgendwie so grob einfach, um die Ineffizienz hier nach oben hin noch zu füllen. Und hier oben dann gegebenenfalls dann eben so einen kleinen Hedge von dem Long, den wir offen haben, zu dem Short eben zusätzlich halt noch einen zusätzlichen Short aufmachen. Gut, dann würde ich sagen, war es das Chart-Analyse-Technisch. Gehen wir noch rüber zu den News Renegade und Crypto Guru verkünden Partnerschaft. Finde ich sehr, sehr nice. Also, wie gesagt, ich habe es gestern schon gesagt in der Telegram-Gruppe, ich werde jetzt langsam aber sicher auch mal wieder ein Update zu Renegade machen. Es geht hier langsam wirklich, oder es nimmt langsam Fahrt auf, auch wegen den Rewards, wegen der App und so, wegen der Karte und so. Da kommt jetzt langsam immer mehr Bewegung rein. Crypto Guru, erste richtige Partnerschaft. Freut mich richtig für die Jungs und natürlich auch für mich, weil ich da auch mittlerweile echten, wie gesagt, die Analysen da schon seit Jahren drin schreibe. Also freut mich auf jeden Fall für uns, dass wir das klar machen konnten, auch mit Renegade. Freut mich. Und ansonsten schaut da gerne vorbei, beziehungsweise bei Crypto Guru oder auch bei Renegade. Lasst da gerne ein Like da, beziehungsweise lasst einen Kommentar da und schaut euch das auf jeden Fall an. Gut, damit würde ich sagen, war es das für heute. Später kommt wahrscheinlich noch das Algorand-Video, weil sich es gewünscht wurde, sehr, sehr oft. Und dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.